Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, Roboterintelligenz, all diese Schlagwörter kursieren im Internet und vielmehr auch bei den Unternehmen und ich habe festgestellt, immer dann, wenn der CEO, der Geschäftsführer das Wort künstliche Intelligenz immer und immer wieder in Presseberichten verwendet, steigen die Kurse von Aktien. Eine Manie, ein richtiger Anschub bei den Börsenkursen und ich möchte heute wissen, was steckt da eigentlich hinter und wie kannst du am besten davon profitieren? Im heutigen Beitrag geht es um künstliche Intelligenz und von drei tollen Unternehmen, die davon profitieren können. Ich möchte jedoch, bevor wir darauf eingehen, mal ganz klar benennen, was es eigentlich ist. Künstliche Intelligenz ist etwas, das sich selbst optimiert und dir im besten Fall noch bessere und bessere Ergebnisse liefert. Frag dich aber bitte heute einmal eins, wenn du über solche Hype-Themen nachdenkst, kann diese künstliche Intelligenz, Boom oder wie auch immer, dir heute schon konkrete Mehrumsätze, mehr Gewinne bringen oder konkrete Kosteneinsparungen? Wir selbst in unserem Unternehmen nutzen diesen Bereich künstliche Intelligenz, insbesondere über Chat, GDP und auch andere Themen. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich deswegen hier Tausende oder Zehntausende Euro einsparen könnte oder mehr Gewinn oder Umsatz machen könnte. All das ist bei mir noch nicht angekommen, glaube aber, dass das in der Zukunft schon passiert. Nur, ob dieses Punkt, der Wort Glaube, auch in Euro oder Cent sich in den Bilanzen niederschlägt, das bleibt abzuwarten. Und wenn es kommt, und ich bin sehr stark davon überzeugt, dass es kommt, dann ist es im Übrigen so, dass nicht nur die künstlichen Intelligenzunternehmen davon profitieren, sondern alles. Das ist also das, was wirklich die Menschen auch berücksichtigen müssen, denn sie suchen heute nach künstlicher Intelligenz, Unternehmen künstlicher Intelligenz. Wo kann ich schnell reich werden? Das ist doch das, was dahinter steckt. Hört auf damit. Bullshit. Aber überlegt euch doch mal eins, wenn du beispielsweise im Notariat bist und dort in Schreibkraft bist, zum Beispiel, werden diese Textbausteine in Zukunft höchstwahrscheinlich von selbst zusammengesetzt. Das wird also erst mal Arbeitskräfte freisetzen, die woanders aber benötigt werden und umso mehr. Also ich sage, überlegt euch auch noch mal kurz, ungefähr 100 Jahre zurück, damals gab es so eine neue Entwicklung, Pferde, Autos, da war so ein Ding, ihr wisst es. Gab es auch einen König oder einen Kaiser, der gesagt hat, dieses neumodische Ding da mit den Autos, das wird sich nicht durchsetzen. Er hat es genau getestet und probiert, wird nicht funktionieren. Fürchte, dass das sich wiederholt. Die Geschichte wiederholt sich öfters, als man glaubt. Und der Punkt ist aber der, es wird schon lange dauern, bis sich das umsetzt und durchsetzt. Viel schneller als damals natürlich. Aber alles wird davon profitieren. Also nicht nur diese künstlichen Intelligenzunternehmen, nicht nur diese Tech-Unternehmen. Auch alte, etablierte Unternehmen werden davon profitieren. Sie werden weniger Arbeitskraft in den Buchhaltungen vielleicht vorhalten müssen und, und, und. Es gibt die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten in der Produktion und so weiter. Das wird einem, die gesamte Menschheit, das globale Bruttoinlandsprodukt wird es nach vorne pushen ohne Ende. Deswegen, es ist etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Aber jetzt auf jeden KI-Hype einzugehen, davor warne ich insbesondere, und das zeigt auch dieses Unternehmen, dass schon sehr stark davon profitieren wird. Das ist also dieses C3.AI. Wird auch abgekürzt mit dem Kürzel AI. Und du siehst also schon, dass hier dieses Hype-Thema, sie war unten bei 10 Dollar. Und jetzt seit hier zwischenzeitlich mehr auf 43 Dollar. Ich würde jetzt kurzfristig in diese Aktie nicht einsteigen. Genauso wenig würde ich sie aber auch shorten. Beides würde ich nicht machen. Aber, lass uns doch da mal genau drauf schauen. Denn, wir haben hier, gehen wir hier mal auf die, genau bei den Umsätzen war es, genau, sorry. 2018 hatten wir 77 Millionen Dollar aus Abos, die dieses Unternehmen vertreibt. Ja, JetGDP, den Zugang dazu und so weiter. Das konnte verdoppelt werden in 2019, nochmal gut gesteigert in 2020 und dann auch nochmal in 2021 und jetzt 2022, 23 fortfolgend. Also, auch, dass es explodiert. Nur, ob damit jetzt schon Gewinn erwirtschaftet wird, höchstwahrscheinlich noch nicht oder wenn, dann ganz knapp. Und ob das auch in diesem Hype-Phase so bleibt, das ist die Frage. Viele versuchen jetzt eben da Unternehmen zu finden, die da jetzt sofort Gewinne machen. Aber die Wahrheit ist, dass die etablierten Unternehmen, die jetzt schon eine große, breite Masse an Kunden haben, die werden höchstwahrscheinlich die allermeisten Erfolge damit erzielen können. Und deswegen habe ich dir noch zwei weitere Unternehmen mitgebracht, an die heute wahrscheinlich wenig denken, aber die hiervon insbesondere auch profitieren werden. Das eine ist die Amazon-Aktie. Ja, also Amazon, du kennst ja auch dieses Suchfeld bei Amazon, wenn du etwas gekauft hast und dann wird dir vorgeschlagen, Kunden, die das kauften, haben auch gekauft. Und wenn das noch mehr verbessert wird, das kann sofort, sofort umsatz- und ertragstechnisch umgesetzt werden. Also, da ist Amazon einfach weiter. Und du siehst auch, dass wir hier bei diesen 80 Dollar den Boden gefunden haben. Jetzt im Moment würde ich allerdings nicht einsteigen bei diesen 120, knapp 130 US-Dollar. Ich kann mir so gut vorstellen, dass es hier jetzt nochmal korrigiert. Und die Frage ist natürlich, haben wir jetzt von diesen 80 Dollar einen intakten Aufwärtstrend mit diesem Boden, höheres hoch, höheres tief, entschuldige, und höheres hoch, sodass es jetzt eben so eine Entwicklung gibt. Oder ob es hier jetzt eben den Deckel erst nochmal drauf war. Ja, ich würde in beiden Varianten erst nochmal auf der Seitenlinie bleiben, denn ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt erst nochmal korrigieren kann, kurzfristig natürlich. Genauso wie auch eine Microsoft. Also, die Microsoft-Aktie auch da, ein Dinosaurier der Tech-Unternehmen, ein absolutes Schwergewicht, richtig geiles Geschäftsmodell. Wir nutzen das sehr, sehr stark. Word, Microsoft Outlook und so weiter. Also, das sind wirklich wichtige Sachen. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du bist in Excel und eine virtuelle Intelligenz sagt dir, pass auf, du suchst offensichtlich gerade nach diesem und diesem Ergebnis. Wenn du das jetzt machst, kommst du zu diesem Ergebnis. Wow, das wäre mir Geld wert, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen, auch bei Microsoft werden diese künstlichen Intelligenz-Dinge sofort umsatz- und ertragswirksam sein. Und deswegen den größten Impact auch haben. Ja, also, was ich einfach sagen möchte, versuch jetzt hier nicht, diese kleinen Unternehmen zu schauen, die immer noch defizitär sind, aber halt natürlich ein riesen Hype sind. Die können sich natürlich sehr schnell verzehnfachen. Amazon wird sich heute wahrscheinlich nicht verzehnfachen, zumindest nicht sofort. Aber dafür bin ich sehr, sehr sicher, dass Amazon auch in 10 oder 20 Jahren noch gibt, genauso wie Microsoft und auch andere Unternehmen. Und wenn du da einfach auch wissen möchtest, wie du auf solche Unternehmen kommst, dann bitte nutz dieses Tool, welches wir selbst auch nutzen. Ein Aktienanalyse-Tool, das dir insbesondere auch dabei hilft, Unternehmen zu bewerten, zu überlegen, ist das Ganze kostengünstig oder sind sie schon auch zu teuer? Sollen wir jetzt noch eine Microsoft oder eine Amazon kaufen oder eher nochmal warten? Komm kostenlos zu dir nach Hause, einfach per E-Mail anfordern. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Bleib bitte auch vorsichtig und rational. Fang jetzt hier nicht an, in irgendwelchen Hype oder so zu verfallen. Das wird Impact haben, aber ob dieses AI-Unternehmen das Einzige ist, das davon profitieren wird oder ob nicht sogar die ganze Welt, das wäre das Beste, davon profitieren kann, das bleibt abzuwarten. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Beitrag. Ciao. Ciao.